Dann fliegen wir halt so rum. So, na also, geht doch. Ich glaub sie, ich hab's hingekriegt. Spiel gespeichert, sehr schön. Okay. Boah, das war jetzt knapp. Boah, verdammt. Boah. Okay. Wow. Hörten Sie durch, Vulture, ich bin unterwegs. Beheilen Sie sich, Nomad! Sichern Sie den verdammten Luftraum! Over! Zentrale, wir hätten hier eine Ladung Brandgeschosse der KVA für die Constitution, aber wir sind überladen. Können Sie einen Vogel schicken, um das Zeug abzuholen? Virtual 2 0, 1865, nehmen Sie das Zeug an Bord. Nomad, Sie sichern Sie an! Vulture Zentrale, Nomad, geben Sie uns Deckung! Ich versuch's! Gar nicht so einfach! Boah, Hilfe! борer Unruhe. Boah, Alter! Hi, Leute! Ja. Okay, ich glaube, das könnte nur Weile dauern. Jaja. Dann werde ich das von hier aus machen. Boah, Alter. 52 Prozent. Der ist hinüber. Die Luft ist rein. Die Luft ist rein. Okay. Okay. An alle Einheiten. Auf der Straße, da vorne wird ein Konvoi angegriffen. Sie dürfen eingreifen, aber die Rückkehr der Vögel auf den Träger hat die oberste Priorität. Also Vorsicht. Over. Roger Zentrale. Hier wimmelt es von Gegnern, aber wir tun was wir können. Meine Güte. Spiel gespeichert. Zum Glück speichert TRT Sequences öfter. Sonst würde ich hier wahrscheinlich total alt aussehen. Und schon verlieren wir schon wieder an Höhe. Verdammt, die sind schnell. Sie fallen über den Konvoi her. Ich komme nicht an sie her. Unsere Jungs da unten haben keine Chance. Verdammt, der Konvoi ist erledigt, Jungs. Wir können nichts mit. Nichts wie weg dir. Der Konvoi verloren. Mistviecher. Ehrlich. Nichts wie weg dir. Ja toll, folgen sie uns. Alter. Da, da sind die Mistviecher. Verdammt, die sind schnell. Sie fallen über den Konvoi her. Ich komme nicht an sie ran. Unsere Jungs da unten haben keine Chance. Verdammt, der Konvoi ist erledigt, Jungs. Wir können nichts mehr tun. Nichts wie weg dir. Die Zentrale, wir haben den Konvoi verloren. Wir kommen zurück. Positiv. Kommen Sie zurück, so lange Sie noch können. Nomad, wir fliegen zur Basis zurück. Folgen Sie uns, wir bringen Sie hier raus. Okay. Boah, da sind wir schon wieder so Viecher, ey. Das geht zwar nicht. Verdammt. Die schießen Sie in Stücke. Verdammt. Aber schon. Wir können Ihnen nicht mehr helfen. Wir müssen weg von dieser Insel. Boah. Wo muss ich überhaupt hin? Gute Arbeit, wo muss ich denn hin? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Oh, ey. Oh, Mann. Ach, da. Noch mehr. Oh. Das ist so einfach zu fliegen und gleichzeitig ein Viecher da abzuknallen, ey. Oh, Mann, ey. Oh, fuck. Oh, Leute. Das ist alles denn so einfach, wie es aussieht? Ich habe auch nicht so viele Raketen. Das ist das Problem. Oh, Mann. Sie fallen über den Konvoi hier. Ich komme nicht an Sie ran. Unsere Jungs da unten haben keine Chance. Verdammt, der Konvoi ist erledigt, Jungs. Wir können nichts mehr tun. Nichts wie wer hier. Mit Rade, wir haben den Konvoi verloren. Wir kommen zurück. Positiv, kommen Sie zurück, solange Sie noch können. No, Mann, wir fliegen zur Basis zurück. Folgen Sie uns, wir bringen Sie hier raus. Oh, shit. Verdammt, der Hacke, ey. Verdammt, die sind schnell. Sie fallen über den Konvoi hier. Ich komme nicht an Sie ran. Unsere Jungs da unten haben keine Chance. Verdammt, der Konvoi ist erledigt, Jungs. Wir können nichts mehr tun. Nichts wie mehr hier. Nichts wie mehr hier. Wir haben den Konvoi verloren. Wir kommen zurück. Positiv, kommen Sie zurück, solange Sie noch können. No, Mann, wir fliegen zur Basis zurück. Folgen Sie uns, wir bringen Sie hier raus. Schaden 82, jawoll. Zum Glück heilt er sich selber, den Flugflieger. Ich bin auch gleich kaputt. Was auch nicht zu verdenken ist, weil... Ja. Das gibt's doch nicht. Vorhin habe ich das noch einigermaßen gekriegt. Verdammt, die sind schnell. Sie fallen über den Konvoi hier. Ich komme nicht an Sie ran. Unsere Jungs da unten haben keine Chance. Verdammt, der Konvoi ist erledigt, Jungs. Wir können nichts mehr tun. Nichts wie mehr hier. Die Zentrale haben den Konvoi verloren. Wir kommen zurück. Positiv, kommen Sie zurück, solange Sie noch können. No, Mann, wir fliegen zur Basis zurück. Folgen Sie uns, wir bringen Sie hier raus. Oh, Mann, no Chance hier. No Chance. Das ist sehr frustrierend. Muss ich sagen. Doch, sehr frustrierend. Sehr, sehr frustrierend, die ganze Scheiße. Nichts wie mehr hier. Wir haben den Konvoi verloren. Komm zurück. Positiv, kommen Sie zurück, solange Sie noch können. No, Mann, wir fliegen zur Basis zurück. Folgen Sie uns, wir bringen Sie hier raus. 85% Schaden, jawoll. Das ist echt, äh, superb. Da kommen dann schon die Nächsten. Und wenn du weißt, was du mit denen machen sollst, äh. Anknallt. Wir schießen Sie ein Stück. Verdammt. Ja, ohne Scholl. Wir können Ihnen nicht mehr helfen. Wir müssen weg von dieser Insel. Alle tot. Ich hoffe, ich heile mich jetzt soweit selber, dass ich dann den nächsten Angriff da abwehren kann. Aber mit Steigflug, das stand am Anfang, weh. Das hat mich so verwirrt und weh nach vorne. Von wegen Leertaste. Ha. Kein Wunder, dass ich das nicht hingekriegt habe. Ich musste nämlich im Internet machen. Und ich diese dumme Sequenz da hinkriege. Und von, das muss man natürlich vorher wissen, dass Steigflug eine Leertaste ist und ich weh. Oh, 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 oh. Hilfe! 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 Aaaaah verdammt! Juhu, ich darf das ganze nochmal machen! Ich geh kaputt! Ich weiß nicht zum wievielten mal ich das schon mache, aber es geht nur langsam ums Sandler. Wieso muss ich eigentlich alles alleine machen? Kann man den einfach... Kann man den einfach vorbei fliegen? Ist natürlich toll wenn man einfach von... ...den einfach davon fliegen kann. Okay, das vereinfacht die Sache natürlich. Verdammt! Wir schießen sie in Stöcke! Verdammt! Aber wir können ihnen ihnen nicht mehr helfen! Wir müssen weg von dieser Insel! Das vereinfacht die Sache natürlich. Enorm! Oder da quasi einfach... Ich hab keine Ahnung! Ich hab keine Ahnung wo ich hin muss! Weil ich verfolgt... Ist natürlich nicht so toll! Tolle Show, Nomad! Zwei Nullklicks vom Träger entfernt! Der Luftraum vor ihnen ist frei! Kommt nach Hause, Jungs! Okay! Wir haben es auf den Träger geschafft! Ich bin hier beim Prof und Hotelina! Wo bist du? Verstanden, Psycho! Ich bin in etwa 10 Minuten bei euch! Eil dich, Alter! Ich hab hier ein kleines Souvenir für dich! Aha! Kleines Souvenir! Bin ich ja mal gespannt! Psycho lebt also auch noch! Wie toll! Ja!